Um dann in eine Höhle zu gehen ohne Batterien. Das ist doof. Wir müssen in ein Loch springen. Batterien, bitte. Die Leute sehen doch nichts ohne Batterien. Ich schwimme jetzt durch Wasser. Oder ich laufe durch Wasser. Jetzt habe ich gerade Fledermauser aufgeregt. Ich schreckt. Batterien! Damit Ironweed was sieht. Ah, Batterien. Sind hier noch mehr Batterien? Scheint nicht so. Iron, wir haben... Ich habe Batterien gefunden. Damit du wieder was siehst. So, jetzt habe ich das... Da waren Schatten. Okay, ich gehe gleich mal weiter. Ich möchte hier nicht bleiben. Alter. Wisst ihr, woran mich das hier erinnert? An... Until Dawn. So, hier müssen wir wieder durch Wasser. Ich habe nur so viel das Streichhölzer und kann sie hier gar nicht benutzen. Ich möchte nicht wissen, was da so rumgluckert. Nein, das möchten wir nicht wissen. Wo müssen wir denn hier langen? Ich glaube da. Oder ich pupse. Mein Charakter pupst. Ist ja möglich. Oh, es ist aber tief hier. Kann sie hier zwischen? Nicht durch? Nö, kann sie nicht. Boah! Ahem. Da oben leuchtet was. Der Hai war fies. Was sagt ihr? War der fies? Ich finde, der war fies. So. Ein paar Batterien wären noch nett. Ein paar Batterien wären noch nicht. Ja. Aber zu dem, ich check das nicht, Iron, du bist nicht der Einzige, der hier nicht so ganz hinter die Story noch kommt. Oh, nee. Sollen wir das jetzt in ihr Garten sagen? Yo. Oh, nö. Jetzt müssen wir in den Ehegarten rein. Gibt es hier irgendwo noch Batterien oder so? Ich glaube, das wird doch noch ein bisschen länger dauern, alles hier. Okay. Hallo, Spinni. Das ist ein Wasserloch. Das ist ein Wasserloch. Guck, guck. Okay. Besonders, ich verlaufe mich ja auch immer so schlug. What? 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 Waaah! Alter! Willst du mich jetzt hier... Ja, will sie. Oh, da habe ich was gesehen. Euch habe ich auch schon mal gesehen in einem Spiel. Oh je. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Was ist das? Oh. 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 Das ist eine Falle, aufpassen. Hm, Spinnweben. Ja! Hm, das wäre wieder was für Ina. Oh, hier sind mehr als eine. Scheiße. Oh nein, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Tschüss. Ciao.